die neue woche hat begonnen und der markt er kommt einfach nicht zur ruhe eine pause würde man ihnen so sehr wünschen mal gönnen naja zumindest diejenigen die noch nicht drin sind und noch rein möchten oder die die position noch erweitern möchten natürlich die ebenfalls also rücksetzer ist er angesagt ist er nicht angesagt naja realistisch ist es schon ihr seht hier oben rechts meine zeichnung noch mal auf tagesebene aber wenn wir hier bei den dax index im 15 minuten chart angucken schaut euch mal diese aufwärtsbewegung an und vergleicht das mit dieser abwärtsbewegung und überlegt selber was ist von diesen beiden die stärkere richtung dann hat man ziemlich deutlich den eindruck dass die bullen immer noch keine lust haben wirklich aufzugeben es ist immer noch stark nach oben orientiert manch einer würde sagen das sieht aus wie ein impuls also diese aufwärtsbewegung die wir hier jetzt nach oben haben sehr sehr stark und das ist etwas was sehr sehr typisch dreiwillig aussieht also entsprechend eigentlich noch mal einlädt für eine fortsetzung nach oben also noch sieht es nicht danach aus als ob die bären wirklich das zepter übernehmen wollen der dax weiterhin vorläufig zumindest mal stark auch wenn es immer realistischer immer wahrscheinlicher wird dass ein ähnlich gearteter rücksetzer wie ich das hier habe kleines ausmaß ist eigentlich gar nicht groß genug so ein mittleres ausmaß mindestens und früher oder später dann dieses etwas größere ausmaß dass das so langsam aber sicher passiert aber was soll ich sagen wahrscheinlichkeit hin oder her es muss auch anzeichen dafür geben dass es jetzt endlich los geht also von der wahrscheinlichkeit würde ich sagen sehr realistisch dass es runter geht von den anzeichen würde ich sagen nein im moment sehe ich da diese anzeichen noch nicht noch sind abwärtsbewegungen ihr seht das hier ebenfalls dieses dreiwellige also dieses typische nicht haupttrend richtung man hatte hier vielleicht so ein bisschen die vermutung klasse wenn er jetzt wackelig also ist er ja nicht ist ja einmal steil hoch da konnte man dann eh erst mal nichts machen gut nachher gab es dann noch mal so eine abwärtsbewegung meine güte aber eben nichts mit irgendwie was trigger mäßig für die shortseite man kam einfach nicht rein keine chance für die shortseite aktuell aber die longseite wie gesagt bietet immer noch trigger da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein wenn man so etwas sieht bitte nicht mehr davon ausgehen dass es jetzt nochmal genau so lang jetzt hier tausende von punkten nach oben geht aber vorläufig die fortsetzung also für alle intraday händler die können natürlich dann auf den dax future auch entsprechend gucken ob es da ähnlich aussieht wenn ihr dann starke bewegungen seht möglichst dreiwellig das hier nicht so deutlich ehrlich gesagt so richtig begeistert bin ich von der bewegung nicht also jetzt im nachhinein ist es immer einfach aber mir war das zu wenig korrektiv jetzt hier aber wenn ihr so etwas seht und es ist dann hinreichend unterscheidbar was die starke seite sie machen wir hier so ein ein muster beispiel dann könnte die jeweiligen trigger eben entsprechend nutzen noch sieht das nicht danach aus als ob der markt jetzt schon lust hat dieses szenario umzusetzen so gucken wir mal auf die amerikaner wenn es der dax schon nicht macht vielleicht kommt dann der druck mal aus amerika wobei wir auch festgestellt haben dass der dax und der amerikanische markt nicht notwendigerweise eins zu eins im gleichklang ist zumindest mal wenn man den s&p und den nasdaq angucken da sieht das noch am ähnlichsten aus der allerdings macht so ein bisschen eher schon ermüdungs erscheinung wir sehen wir sind noch auf dem weg nach oben hier auch im fünf minuten chart aber wir sehen dass wir doch viele rücksetzer haben die alle irgendwie so überschneidend sind das ist eher nicht das optimale bullische zeichen also wir sehen auch hier die starke seite schwache seite dann sehen wir hier noch mal drei wellig runter auch hier das ist drei wellig runter wenn man das hier mal so anguckt aber wenn ich mir diese ganzen drei welligkeiten hier anschaue dann muss ich ganz ehrlich sagen guckt mal dieses tief ist niedrig das überschneidet sich mit dem das hier mit egal wo ich jetzt das hier oder das dauernd überschneidungen auf dem weg nach oben und das heißt dass wir nicht mehr genügend raum durchlaufen bevor die nächste korrektur kommt und damit sind wir im thema überschneidung oder überlappung wie ich das häufig nenne also immer dann wenn der markt einfach nicht mehr sich weit genug bewegt bis zur nächsten pause so könnte man es vielleicht anders ausdrücken wäre das wort überlappung nicht so gerne mag also wenn der vortrieb nicht mehr so stark ist wie die permanenten unterbrechungen dann ist das eigentlich eher ein ermüdungszeichen und nicht mehr so richtig der gute laune bär um da noch einzusteigen der gute laune bulle in dem fall um da noch einzusteigen sondern die gefahr dass da der move so langsam aber sicher abeppt trotz alledem auch bei abeppener bewegung gibt es immer noch die möglichkeit in trendrichtung weiter zu handeln allerdings solltet ihr dann was eure ziele angeht und die stops angeht eben auf diese etwas kleineren ebenen übergehen ich mache das umgekehrte beispiel wenn wir früher oder später wirklich mal dieses hier bekommen dann können wir wieder im großen stil hier unsere zielerwartungen dann auch entsprechend haben aber das muss er dann halt erst mal machen solange wir jetzt schon so weit gelaufen sind und jetzt hier nur noch so harmlos unterwegs sind solltet ihr dann entsprechend eure ziele auch auf kleinerer ebene sehen also nicht mehr dann sagen das ist bestimmt ein einstieg der jetzt noch mal 500 punkte oder 1000 punkte oder sowas läuft naja 500 punkte sind beim dau inzwischen schnell durchlaufen aber rechnet dann entsprechend mit etwas kleineren bewegungen vielleicht für die intra der händler also noch interessant für die end of day händler also die etwas auf längere sicht zielenden menschen vielleicht jetzt nicht optimal im moment einzukaufen natürlich besteht noch hier der widerstand das ist eigentlich eine art trigger für die long seite wenn wir diese marke durchstoßen also das hier ist in dieser abwärtsbewegung wir haben das gleiche bild ja was ich hier im kleinen immer beschreihe haben wir hier im großen also wenn ich das sehe und dagegen diese bewegung dann ist das hier ein klarer trigger für die long seite einzig und allein die höhe des ziels also bitte nicht zwingend davon ausgehen dass das hier noch mal passiert das liegt einfach daran dass das nicht die erste welle ist der kurs kam ja von unten also deshalb das ist vielleicht etwas übertrieben aber zumindest mal würde ein bruch dieser marke es sehr realistisch werden lassen dass wir das allzeithoch noch mal angehen ich weiß nicht ob ich jetzt einsteigen soll von mir aus soll er das überschießen aber dann noch mal runter kommen und anschließend nach oben gehen das wäre viel gesünder es würde mir vielleicht sogar einen günstigeren einstieg eben ermöglichen also das wäre etwas worauf wir scharf sind und es gibt mir die besseren chance risiko verhältnisse hier oben jetzt einzukaufen dann müsste ich den stopp hier unten irgendwo machen denn dieser rücksetzer steht ja nun mal an oder ich stoppe wieder ganz eng aber dann bin ich wieder auf den kleineren zeitebene na gut ihr seht was das problem aktuell ist die kleinen und die großen ebenen aus meiner sicht die großen ebenen keine so tolle situation um jetzt einzusteigen beim s&p das ist der s&p future hier natürlich das gleiche was diese trigger marke angeht nur dass diese halt eben mit 4334 oder was es genau ist noch ein gutes stück entfernt ist also das ist noch ein bisschen hin trendkanallinie haben wir auch noch aber wir sehen dass wir auch in der aufwärtsbewegung noch nicht ganz optimal sind auf dem weg nach oben wenn man das mal so will trotz alledem will ich das noch nicht beschreien dass es nicht geht aber ich habe so ein bisschen die befürchtung dass ich das ganze so hier in den nächsten punkten hier 100 punkten nach oben so halbwegs tot läuft und danach erst mal irgendwie eine pause notwendig ist also das spricht aus meiner sicht eine ganze menge dafür auch der fünf minuten chart wir sehen dass wir auch hier viele 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 überschneidungen haben also dass der markt nicht so schön hier sich entfernt hier hinten geht es noch mal so ein bisschen im kleinen also für intraday geht es vielleicht noch mal aber insgesamt glaube ich muss man sich eher auf die kleinen zeitebenen aktuell fokussieren das heißt wenn es heute nachmittag noch mal korrektiv wackelig überschneiden dreiwellig irgendwie sowas in der richtung eben nicht mehr in diesem klassischen muster so ähnlich wie hier vergleicht mal diese aufwärtsbewegung mit den überschneidungen mit dieser abwärtsbewegung mit den weniger oder gar nicht überschneiden an einer stelle hier hat er so ein bisschen überschnitten aber an sich ist das eine sehr starke bewegung und wenn ich das vergleiche weiß ich dass die aufwärtsbewegung vorläufig wohl nicht die richtige ist sondern eigentlich diese abwärtsbewegung hier sich nach dieser korrektur sich eigentlich in irgendeiner form noch mal fortsetzt die linken ging nicht so weit aber das konnte man ja auch schon erahnen nachdem es zwar in trendrichtung ging aber auch wieder überlappend stichwort ending der jürgenal das muss man nicht jetzt vom namen erkennen aber wenn es sieht ja abwärts würde man sagen so korrektiv richtig nachdem ich das gesehen habe und das denke ich mir jetzt müsste steil runter gehen gleiche länge oder ähnliche länge wie hier vorne es ist aber wackelig gelaufen in trendrichtung weil abwärts trend das ist kein gutes zeichen das heißt der wird früher oder später verhungern und erst noch mal die gegenrichtung gehen also wir sehen wir sind hier in einem immer mehr korrektiv anmutenden muster nach unten okay ging es nicht mehr weiter nach oben sieht es aber auch nicht mehr so doll aus wie gesagt ich sag mal hunger games hier in diesem dreieck hier möglicherweise das kann ich mir durchaus vorstellen aber ich denke mal so irgendwie was 4000 von mir außer noch 4120 weiß ich nicht ob er so hoch vorläufig jetzt kommt aber das wäre ja noch alles denkbar aber die nächste pause die steht eigentlich an das wären dann jetzt sinnvolle einstiege der nasdaq ist da vielleicht sogar noch ein bisschen konsequenter denn der ist ja noch doofer was den weg nach oben angeht wenn wir es hier im vier stunden chart anschauen also da wird es jetzt noch mal spannend aus meiner sicht besonders schick wäre wenn er das letzte tief hier das war das tief vom 17 november mittags wenn er das noch mal durchstößt dann hätten wir ja hier auch in der abwärtsbewegung vielleicht so eine korrekturbewegung dann wiederum würde sich dieses zwischenhoch dann hätten wir hier das letzte tief wo auch immer also sollte so halbwegs symmetrisch sein was vorne ist hinten ist dann hätten wir das hier als zwischenhoch und das wiederum einen möglichen einstieg für vorläufig noch mal nach oben oder man geht eben auf eine kleinere ebene kleinere ebene ist mein stichwort hier im fünf minuten chart einfach mal für euch zum ein bisschen vielleicht heute nachmittag einstimmen wenn ich so eine bewegung sehe geht mir schon mein herz auf unabhängig von der richtung das spielt ja für mich gar keine rolle in dem fall geht sie halt runter das finde ich eine gute geschichte wenn jetzt die gegenbewegung so aussieht oder von mir aus auch dreiwellig aussieht dann hat und ungefähr in die mitte dieser bewegung zurückgeht natürlich wenn die bewegung jetzt noch länger wird dann sinkt die mitte natürlich mit aber wenn er das tut dann haben wir über diesen also in diesem fall unter diesen zwischentief hier einen sinnvollen möglichen einstieg wenn er das so in dieser form plant ebenfalls so halbwegs in diese mitte reingeht dann hätten wir hier einen sinnvollen einstieg beides in dem fall für short warum short weil das die schwache seite die starke seite nach unten geht die schwache seite nach oben geht das ausmaß so stimmt also das ist etwas was man vielleicht im fünf minuten chart heute sieht noch mal sehen vielleicht auch 15 minuten chart wenn ihr wollt und intra der ein bisschen mit gucken wollt könnt ihr ja nach genau diesem szenario mal ein wenig ausschau halten so das sind so die ideen die mir jetzt dazu einfallen es ist natürlich nicht so schön man würde sich jetzt wünschen sag mal klettert jetzt noch wie wild im moment bin ich nicht so sehr glücklich aber wir haben ja aufgaben gestellt an den markt die er jetzt wunderbar erfüllen kann das ist jetzt seine aufgabe oder die aufgabe aller marktteilnehmer das ganze so halbwegs sinnvoll umzusetzen dann bieten sich dann die entsprechenden einstiege wieder an in diesem sinne euch alles gute toi 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 und liebe grüße